Weißt du, was sekundäre Pflanzenstoffe sind? Gleich wirst du es wissen. Eine Minute Gesundheitswissen mit Dr. Petra Bracht. Sekundäre Pflanzenstoffe, das sind eigentlich die wahren Gesundmacher im Obst, Gemüse, in Salaten, in Hülsenfrüchte. Zum einen musst du wissen, dass sekundäre Pflanzenstoffe tatsächlich nur vorhanden sind in Pflanzen. In keiner tierischen Nahrung gibt es die und zum anderen sind die auch nur vorhanden, wenn du biologisch angebaute Ware isst, weil die sekundären Pflanzenstoffe sollen eigentlich die Pflanze schützen und das macht sie bei uns Menschen auch. Wenn sie aber von außen gespritzt wird mit Pestiziden, dann denkt sich die Pflanze, nee, brauche ich nicht mehr, also bilde ich die auch nicht mehr. Daher isst sekundäre Pflanzenstoffe, aber aus biologisch kontrollierten Lebensmitteln. Ich bin deine Dr. Petra Bracht.